Ich heiße Katharina, ich bin 21 und komme aus dem Saarland in der Nähe von St. Wendel. Vor dem Studium habe ich mein Abitur gemacht und habe direkt danach eigentlich angefangen zu studieren. Ich studiere Medieninformatik mittlerweile schon im fünften Semester und einen genauen Grund gibt es da eigentlich nicht. Ich wollte mir den Studiengang einfach ansehen. An den Umweltcampus bin ich gekommen, weil ich relativ in der Nähe wohne und daher nicht so eine weite Anfahrt hatte und ich kannte auch schon vorher viele Leute, die hier studiert haben und mittlerweile auch schon Abschluss gemacht haben und dann musste ich mir eigentlich nur noch einen Studiengang suchen und der Rest war für mich klar. Meine Erfahrung bisher am Campus, gerade in den Vorlesungen, ist es viel Theorie, aber immer wieder finden praktische Übungen ihren Einfluss, was mir beim Lernen unheimlich hilft. Das ist nicht wie in der Schule, dass man für einen Test sich den Kopf mit Informationen vollpackt und danach vergisst man wieder alles. Man lernt eher fürs Leben. Am Umweltcampus schätze ich besonders die Größe. Es ist nicht, dass in jeder Vorlesung 100 Leute sitzen, sondern auch nur mal 30. So ist es viel einfacher, mit Professoren und Lehrenden ins Gespräch zu kommen und das hilft auch später im Studium, wenn man auf Schwierigkeiten stößt, um da direkt eine Ansprechperson zu finden. Ein Studium am Umweltcampus würde ich gerade für Personen empfehlen, die diese Vernetzung suchen, die diese direkte Ansprechperson haben wollen und sich generell auf dem Campus vernetzen wollen.